Die Schule hier ist größer als meine alte, aber ich habe mich schneller zurechtgefunden, als ich dachte. Also der Schulhof ist viel größer und viel schöner als der alte. Also ich finde die Schule hier gut und ich habe auch schnell neue Freunde gefunden. Es ist ganz anders hier. Ja, aber es ist richtig schön. An unserem ersten Wandertag waren wir im Schlosspark und das war cool. Da haben wir unter so einem kleinen Dach, da haben wir dann unser Frühstück gegessen und da ist mir ein Zahn rausgefallen, den ich jetzt dann auch mal wieder nicht mehr wiedergefunden habe. Und dann haben wir auch noch Fußball gespielt und da gab es so einen Rasensprenger, das hat mir nicht ausgeräuscht und ihm hat gefallen, das war nicht so cool. Und dann haben wir noch Frisbee gespielt und es hat sehr viel Spaß gemacht. Dann sind wir zum Schloss hochgegangen und da haben wir eine Schlossrallye gemacht. Und da wo wir bei der Schlossrallye waren, haben wir den FFV-Flieger gesehen. Und dann sind wir so ein bisschen zur Schule gegangen und haben auf dem Weg noch ein Eis gebeten. Aber einer hat ihre Flasche am Brunnen stehen gelassen, wir mussten eine Lehrerin nochmal zurück. Aber alles in allem war es ein sehr schöner Tag.